Mutter ist nervös Vater hat gebadet, Mutter hat gebadet, Kind hat gebadet, Oma hat gebadet. Alle haben gepackt und alle sind gerannt und schließlich hat der Baum gebrannt. Mutter ist gerührt, Vater ist gerührt, Kind ist gerührt, Oma ist gerührt und dann werden die Pakete aufgeschnürt. Mutter ist gekränkt, Vater ist gekränkt, Kind ist gekränkt, Oma ist gekränkt, denn jeder hat dem anderen was Falsches geschenkt. Schwiegertochter kommt, Patentante kommt, Lieblingsbruder kommt, Großneffe kommt. Kuchen ist zu süß, Plätzchen sind zu süß, Marzipan zu süß und der Baum ist mies. Mutter ist beleidigt, Vater ist beleidigt, Kind ist beleidigt, Oma ist beleidigt. Frieden auf Erden und den Menschen ein Unbehagen. Vater hat's am Magen, Mutter hat's am Magen, Kind hat's am Magen, Oma hat's am Magen. Kann nichts mehr vertragen nach all diesen Tagen. Mutter ist allein, Vater ist allein, Kind ist allein, Oma ist allein. Alle sind allein, doch an Ostern wollen alle in jedem Falle wieder zusammen sein. Da-dee, da-da-da-da-da-da-da-dee! Warmthwegen Musik Musik